Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Fisiko und wir sind zurück bei Captain of Indus, please. Die letzte Folge haben wir ja abgeschlossen und waren damit ziemlich gefestigt in der gesamten Situation und das wollen wir dann heute fortsetzen und auch unsere Zeit nutzen. Als erstes, wir haben als letztes unser Schiff noch nahezu fertig gebaut. Ich dachte, wir hätten es sogar fertig gebaut, aber scheinbar irgendwie nicht. Jetzt ist es fertig. Kann sein, dass das eine Sekunde zurücksprung war. Okay, jedenfalls, das klappt und wir gehen los und holen uns dann hier oben. Ein neues Gebiet dazu und ich hoffe, dass wir das auch ziemlich zügig erledigen. So, wir haben noch zwei Obdachlose. Aktuell scheint hier eine Krankheit ausgebrochen zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sogar eine sehr starke. Das heißt, wir müssen da mal was gegen unternehmen. Wie haben wir eigentlich die Einigkeit wieder auf Maximum bekommen? Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Auf jeden Fall war ich mir sicher, die war nicht auf Maximum. Okay, hier fehlen natürlich jetzt erstmal viele Arbeiter. Ich war immer überlegen, was ist denn da passiert? Aber ja, dadurch, dass wir in Quarantäne gesetzt haben die Leute, fehlt es natürlich dann da auch an den Arbeitern und leider auch diesmal im gesamten Energiekomplex. Deswegen mache ich das ungerne, unser Schiff loszuschicken, wenn wir gerade eine Krankheit haben. Da hätte ich eigentlich in der Sekunde warten sollen. Aber es ist jetzt passiert, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, los, versenkt dieses Schiff. Oh, da haben wir aber ganz gut geschluckt, muss ich sagen. So, auf jeden Fall, die Insel ist unser. Und wir können uns nicht erlauben, weil das Schiff zu beschädigt ist, die nächste Insel anzugreifen. Dann ab nach Hause mit dir und wir werden die Krankheit dann hoffentlich überstehen. Plus 35, die Krankheit ist also vorbei. 39 Arbeiter fehlen. Und wir haben Obdachlose immer noch? Schaut mal, nicht mal Obdachlose sterben, wenn bei uns eine Krankheit ausbricht. Wobei, wir sind immer noch einen Monat übrig. Egal, vielleicht haben wir dann doch keine Obdachlose mehr. Das klingt in Spielen immer so böse. Ich bin ein echt viel besserer Menschenfreund. Ich mag sie zwar alle nicht, aber ich bin doch eigentlich immer nett zu ihnen. Okay, wir haben wieder genügend Arbeiter. Schiff muss jetzt repariert werden. Das war irgendwie eine schlechte Schlacht für uns. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier nachher viel Platz haben werden. Wenn der Berg komplett weg ist und das gesamte obere Plateau platt gemacht worden ist von uns. Das hätten wir eigentlich auch machen können, oder? Wir haben von vornherein versuchen, eine Rampe zu bauen, aber wir hätten einfach sagen können, wir machen das obere Plateau einfach weg. Okay, mit starke Auslastung. Ansonsten sind noch zwei LKWs in Produktion. Davon sollte einer gleich auch erledigt sein. Denn wir sind auch dabei, hier die goldenen Teile dafür am Produzieren. Und dann fehlt nur noch einer. Und ab dem Moment fangen wir dann an, blaue LKWs platt zu machen und gegen goldene auszutauschen. Ihr habt ja mitbekommen, die größten LKWs, die werde ich gar nicht erst bauen, weil lohnt sich nicht. Und warum haben wir hier mal wieder so wenig? Irgendwas fehlt doch schon wieder. Was fehlt dir denn? Zucker. Ja, du hast schon wieder kein Zucker. Also wir brauchen auf jeden Fall eine weitere Plantage, damit wir hier in so einem Gebäude mehr Zucker produzieren können. So, der hat nämlich jetzt gleich kein Zuckerrohr mehr. Das ist das Problem. Könnten wir nicht hier oben? Der hat ja Zuckerrohr, ne? Aber ne. Der ist auch nicht ausreichend für alles. Hm. Okay, Mais haben wir auch hier. Jetzt passiert hier natürlich wegen Kunststoffmangel gar nichts. Oh, warte mal. Da fällt mir was ein. Und zwar, seht ihr mal, der ist voll. Wir können hier gar keinen Kunststoff mehr hinbekommen. Wo wird der denn angeliefert da? Wir hatten nämlich das Gebäude gar nicht da drin. So. Das ist ja die Einstellungssache hier. Dass er, wenn man da Wege hat, nur noch gezielt hinfährt. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem gucken. Ob das irgendwie alles funktioniert. Neun Monate Nahrung. Die Nahrung scheint also zu steigen, weil wir das mit dem Wasser und dem Dünger oben hinbekommen haben. Jetzt überlege ich halt mal wieder, ob wir nicht doch hingehen und einfach mal ausbauen. Wieso kann ich eigentlich keine Mannschaft zuweisen? Ja, das Schiff ist beschädigt, aber trotzdem. Kupfer. Oh, das Lager ist auch leer. Wir haben so wenig Kupfer gerade. Hier ist es auf jeden Fall nicht mehr einsturzgefährdet. Wir fördern eine Kupferseite, weil wir irgendwie zu wenig haben. Gut. Und dann gucke ich mal, wo ich die Einigkeit gleich wegnehme. Also mein Plan für heute ist es auf jeden Fall, dass wir alle Gegner auf der Karte besiegen noch. Damit ich sagen kann, ich brauche mein Schiff nicht mehr. Nebenbei lasse ich natürlich hier die Lager so ein bisschen volllaufen, damit wir auch wieder genug Bauteile haben für den nächsten Arbeitsschritt, den wir dann starten werden. Und wenn wir alles erkundet haben und die Arbeiter übrig sind, werden wir auch in die Forschung wieder einsteigen. Und wäre dann das nächste Ziel, die Forschung komplett durchzubekommen und dann erstmal alles erfolgt zu haben, damit wir alles bauen können und, ja, ich denke mal, dann aufs Ende losziehen werden. Und die letzten entscheidenden Gebäude zu bauen. So, dann waren wir hier. Einmal angreifen bitte. 40 Arbeiter werden benötigt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, dass wir immer noch extremst ausgelastet sind, wenn wir schon den Müll-Elles raus haben. Wie schlimm war denn das bitte? Ich werde das Gebäude mal pausieren. Was sagt der Müll dazu? Der Müll sagt dazu, das ist für ihn ein Riesenproblem. 360, wenn ich alles upgrade. Die Luftverschmutzung findet das aber gut, ne? Ne, auch nicht. Macht keinen Unterschied. Na toll. Dann einmal bitte wieder anmachen. So, machen wir schnell das Lager leer. So, reicht. Müssen es ja nicht gleich übertreiben. Das Abwasserrohr ist weg. Das ist okay so. Wir sind mal wieder im Kampf. Na los. Der wird versenkt, bevor er uns einmal... Doch nicht. Zurück. Danke, 18 Bewohner. Nicht gut. Schiff ist unterwegs. Schiff ist unterwegs. Habe ich das jetzt doch wohin geschickt? Erkundet? Hä? Wo war denn jetzt der Kampf? Oder ähm... Na ja, gut. Wir kommen jetzt auf jeden Fall in den nächsten Kampf. Ich dachte eigentlich, ich hätte den anderen Totenkopf angegriffen. Aber scheinbar... Habe ich das nicht. Ach, er fährt direkt weiter. Ja, hurra. Dann fehlen da nachher nur noch hier oben die beiden. Na los. Erkunde mal eben. Und danach kommst du wieder nach Hause. Reparierst dich. Und dann geht es auf zur letzten Schlacht. Ja. Ist alles noch in Ordnung. Nur ausgelastet. Meine LKWs sind ausgelastet. Nicht überlastet. Nichts. Nur ausgelastet. Sie haben also was zu tun. Vielleicht mussten sie ja erstmal alles hinterherrollen. So, ab nach Hause. Einmal reparieren. Und dann dürfte das Schiff zur letzten Fahrtform. Fährst du rechts rum. Fahr doch einfach hier rüber. Und dann gehst du hier über die Kohle-Mine. Die gehört uns ja schon. Wäre doch der kürzeste Weg. Na gut. Die beiden noch weg. Wir haben aber auch keine Server mehr gefunden, oder? Öl passt. Kohle aufpassen. Die gelbe Wartung geht runter. Liegt an Kupfer. Wir produzieren nämlich keine Kupferplättchen, denke ich. Obwohl, nee, liegt nicht am Kupfer. Das liegt hier dran. Doch, das liegt am Kupfer. Wir haben hier keine Kupferplatten drin. Daran liegt die gelbe Wartung. Da müssen wir aufpassen. Gut, angeliefert werden darf es aber. Heißt, wir müssen da noch schneller Teile reinkriegen. Na gut. Schiff ist zu Hause. Einmal die Mannschaft entlassen. Bitte. Einmal Schiff reparieren, damit wir wieder los können. Ich glaube, ein letztes Mal. Okay. Kann noch ein bisschen dauern. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Also, hier sind Kartoffeln eh viel zu viele drauf. Das heißt, wir ändern mal die Kartoffeln gegen, pass mal auf, gegen Soja. Grund, wir haben hier unten ein Häusken, was Soja mag. Aber, wenn wir das da oben hinbauen, wenn wir das da oben haben, ist das doch scheiße. Weil dann müssen wir das Soja von da oben hier runter fahren. Das kostet doch wieder nur unnötig Zeit. Ja, okay. Ich wollte gerade mal überlegen. Hä? Okay, das sieht aber aus, als wären wir auch jeden Moment durch. Grüne Plättchen haben wir noch. Ich weiß sogar, wo. Und wir brauchen gar keine Grüne Plättchen. Wir brauchen eine Mannschaft, die zugewiesen wird. Denn eine Mannschaft möchte Piraten angreifen. Tu das. Die letzte Ecke. Mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Aber mehr kann es auch eigentlich nicht geben. Vielleicht, dass wir noch irgendwie jetzt drin noch was haben. Dass es da noch Abzweigungen gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber für den Moment haben wir noch 10 Monate Nahrung. Nahrung scheint also zu steigen. Und das jetzt schon länger. Wollen wir es riskieren? Wir brauchen so oder so noch ein Wohnhaus. Sobald das Schiff fertig ist, machen wir das. Wir brauchen auch also ein paar rote Bauteile. Das heißt, wir können das mal wieder aktivieren. Natürlich, die Arbeiter fehlen. Das Schiff ist ja nicht da. Okay, die ist fertig. Alles voll. Also wir können auch danach. Nee, wir können eben nicht durchforschen. Weil wir haben keine Server. Wir müssen das Gebäude eigentlich nochmal aktivieren. Damit wir weitere Server produzieren. Wir brauchen die. Ach, das Schiff ist im Kampf. Sieht nicht gut aus für den Gegner. Nächstes. Angriff. Das könnte der letzte sein. Wir warten. Wir beobachten die Erkundung. Oh, da ist es. Eventuell unsere letzte Schlacht. Wer hätte das gedacht, dass ich das heute schaffe? Ich nicht. Ich dachte, es kommt wieder was ganz Böses dazwischen. Erkundung läuft. In der Zwischenzeit sammeln wir natürlich rote Plättchen. Wir springen sofort in den Kampf. Tut es. Und Sieg. Versenkt. Wir sind fertig. Es gibt nichts mehr zu tun. Schiff ab nach Hause. Das war es für dich. Alle Gebiete erobert. So, rote Plättchen. Sind wir immer noch bei 30. Was soll das? Wir haben übrigens eine Krankheit. So. Woran liegt es? Achso, an den Arbeitern. Wer sagt das doch? Vielleicht sollten wir mal gucken, wie stark die Krankheit ist. Ach, nur noch einen Monat. Okay. Dann überleben wir die halt so. Vielleicht stirbt da doch noch einer. Wenn acht noch sterben, haben wir keine Obdachlosen mehr. Wobei, mein Schiff kommt gerade mit neun Leuten nach Hause. Da ist es. Dann haben wir wieder noch mehr Leute über. Und einmal die Mannschaft bitte entlassen. Wir haben wieder genügend Arbeiter. Das Schiff braucht auch nicht zu reparieren. Das wird nicht mehr benötigt. Jetzt kommen die nächsten roten Platten. Und wir müssen mehr Kupfer produzieren. Wir setzen deswegen mal auch hier eine Steigerung drauf. Wir sind hier am Limit mit Einigkeit. Also von daher alles gut. Und hoffen, dass wir dann hier mal wieder Kupfer reinbekommen. Was wichtig wäre. Ja, das braucht halt nur Elektronik. Ein bisschen doof ist das ja jetzt schon. Zumindest machen sie dafür Haushaltswaren. Meinetwegen. Aber Elektronik ist trotzdem wichtig. Wir konnten Weizen nicht einlagern. Woran liegt das? Das Ding ist voll. Wow. Wie wäre es, wenn wir die Richtung ändern? Schnell liefern. Weil wenn links voll ist, soll er es nach rechts packen. Aber gut eigentlich so, ne? Wenn man überlegt. Wer hätte gedacht, dass wir... Aber warte mal, Weizen ist voll, ne? Weizen geht ja nicht in Tiernahrung. Nur ein bisschen. Ja gut. Ich bin trotzdem einverstanden. Wir haben 62 Bauteile. Das heißt, wir gehen mal hier unten hin und sagen im Häuschen. Willkommen. Im nächsten Level. Wird gebaut. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Rote Teile haben wir gleich zusammen. Kohle haben wir noch ein bisschen. Diesel ist um 900. Das ist aber immer schwierig zu sagen, ob es ein Problem gibt oder... Thema Problem. Wir könnten die Kohle-Minimum ausbauen langsam. Es wird vielleicht Zeit. Was wir jetzt noch machen werden, ist einmal dieses Gebäude aktivieren. Wir haben die 45 Arbeiter. Und hier müssten wir eigentlich jetzt auch gucken, wegen der Wartung, nicht, dass sie uns doch runterläuft. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, weil ich davon halte. Ich merke nur, dass wir da oben nie Kupfer hinbekommen. Ich setze das mal auf eine P2. Es muss ja nicht viel sein, aber wenn ab und zu mal Kupfer da wäre, wäre das schon echt gut. Wir steigen in der Einigkeit gerade trotzdem. Also müssen wir uns da nicht so die Gedanken machen, dass wir die Anlage gleich runterfahren müssen. Es sei denn, da kommt jetzt noch irgendwie was dazu. Wir würden das halt vollbekommen, wenn wir nicht mehr Bauteile so viele produzieren würden. Weil das halt mit über dasselbe Netz läuft. Vielleicht ist das das Problem. Gummi wird hier hochgeliefert. Weil das muss auch mehr sein. Okay, die ausgelasteten LKWs stellen halt immer noch ein Riesenproblem dar. Wo fährt denn ein LKW lang? Passt mal auf. Die LKWs fahren, die großen, darüber, da lang, da lang. Das heißt, ich kann keine Förderstrecke an dieses Gebäude bauen. Es sei denn, ich hätte eine Brücke. Ja, die kriege ich nicht. Oh, unsere Fahrzeuge sind voll. Wir produzieren mal zwei weitere. Halt. Du, Kollege. Du wirst verschrottet. Ah, richtig. Wo finde ich einen Blauen auf die Schnelle, der nichts macht? Ich werde ihm folgen. Bis er leer ist. Wo fährst du hin? Du wirst gleich nicht mehr existieren. Zack. Und verschrotten. Weg ist er. Der Grund, wie gesagt, ich möchte die LKWs jetzt nach und nach austauschen. Und das ist der richtige Weg dafür. Also, die roten sollten wir bald voll haben. Jetzt könnten wir auch anfangen, hier oben mal weiterzubauen. Stahl ist halt immer noch ein Problem. Wie weit ist Strom ein Problem? Die Frage muss ich mir halt auch noch stellen. Als erstes möchte ich, okay, das ist halt wieder bauen. Ich wollte doch eigentlich mal ein bisschen sparen, aber halt, du findest deinen Weg nicht. Wo willst du hin? Wieso kommst du nicht mehr zu dem Bagger? Oh. Wir hatten einen kleinen Erdrutsch. Das ist natürlich dann ungünstig und dass dieses Gebäude bald wegbricht, ist auch ungünstig. Das würde dann nicht mehr zum Verschrotten zurückkommen, ne? Wir kommen da nicht mehr dran. Wir brauchen hier oben einen zweiten Bagger, der den da rausholt. Okay, dann kümmern wir uns erst um andere Dinge. Und zwar um wichtige. Einmal möchte ich das hier kopieren. Und zwar nicht alles, sondern nur... Das hier, ja. Ähm, nein, ich wollte das nicht pausieren. Ich wollte das kopieren. Warte mal. So, ihr dürft wieder arbeiten. Kopieren ist doch das hier. So. Ich möchte nur das hier kopieren. Okay, das bauen wir neu. Und zwar bauen wir das jetzt hier oben hin. Und zwar... Würde ich das mal hier sehen. Dann müssen wir noch ein paar Sachen ändern. Ich muss oben aufpassen. Ich möchte jetzt nicht, dass da Probleme entstehen. So. Das kann weg. Dann kann... Das weg. Das geht mal weg. Dafür kommt ein neues Lagerhaus. Dann nehme ich mir einmal das hier. So. Nicht, dass wir jetzt in andere Probleme geraten. So. Okay. Das ist ein Bereich, den ich baue. Und das wird dann hier oben abgearbeitet und da reingeliefert. Dann habe ich nämlich hier oben schon mal Sand. Weil ich werde hier oben eine Betonfabrik aufbauen. So. Wir haben ja hier eh Schlacke, die da rauskommt. Ne, haben wir nicht. Oder? Da nicht. Aber hier. Auch nicht. Doch, doch. Da ist noch Schlacke. Genau. Die können wir dann hier zu Beton verarbeiten. Und das könnten wir dann hier unten direkt in das Lagerhaus bringen für Beton. Dafür müssen wir aber hier haben eine Möglichkeit, dass der LKW durch kann. Also ich brauche eine Brücke. Die kann man mal eigentlich ordentlich hier hinsetzen. Ja. So. Wegen dem Sand. Der fährt dann zwar ein bisschen nach links runter und geht dann da rein. aber völlig fein. Haben wir das Wohnhaus fertig? Oder woran scheitert's? Es scheitert an Glas. Wait. Okay, es scheitert an Glas. Es scheitert an Salz. Jetzt sag mir nicht, dass das hier irgendwie dran liegt. Also das Glas fehlt, ist ein Problem. Es ging ja immer, als ich hier erlaubt hatte, dass es abholen. Äh, ne. Import. Ja, mein Gott. Da kommt eh nix hin per LKW. Ja, Hauptsache wir produzieren gleich mal wieder Glas. Also. Das geht ja nicht. So, hier oben, das passt noch alles. Kein Glas. Das ist halt so wichtig, das Material. Hier ist Kupfer angekommen. Das heißt, wir produzieren hier auch wieder gleich gelbe Wartung, die kurz vorm Ausfall steht. Ein Prozent noch, aber da kommt komplett hin. Da. Da. Ich werde dieses ganz kurz pausieren, damit das alles erstmal in die Wartung reingeht. So, macht schneller. Schön die Wartung wieder hoch, bevor wir Probleme haben mit Ausfällen. Keiner mag Ausfälle. Vier LKWs können jetzt hier nicht erreichen. Du bist einer davon. Wo willst du hin? Du willst bestimmt... Hört mal auf mit dem Scheiß. Aus. Ein Lastwagen kann sein Ziel nicht erreichen. Du willst bestimmt jemanden auftanken, der in einem tiefen Loch gefangen hängt. Ne? Ja. Dachte ich mir. Wie kriege ich den jetzt raus? Ich habe keinen Bagger frei, der sich darum kümmern könnte. Außer eventuell hier, die großen. Okay, hier habe ich auch nur einen. Ne. Hier sind zwei. Das heißt, ich kann hier einen mal rausnehmen. Und den setze ich dann... Okay, warte mal, wo ist denn der Tower davon? Du bist das. Dann gehst du hier mal drauf. Dann sollten wir den da ausbauen können. Und das hier muss ich umbauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Setz das mal hier oben hin. Also ich baue das einfach neu, ne? Und dann weise ich die LKWs alle dem zu. So, das mache ich dann, indem ich sage, hier... So, da ist das Gebiet. Der muss aber erst gebaut werden. Obwohl, das kann ich sofort bauen. Also, wir haben hier zugewiesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 22 LKWs. So, raus. Und alles, was wir jetzt an Fahrzeugen noch übrig haben, ist da auch zugewiesen. Also, zack. So. Dann kann ich das nämlich jetzt hier abreißen. So. Ja, die mussten halt jetzt leider einmal alle hochfahren. Kann man jetzt nicht ändern. Aber dafür haben wir jetzt nicht mehr das Problem, dass das nachher zusammenbrechen könnte. Und die sind ja schon wieder am Einsatzort. Also, von daher. Okay. So. Wie sieht's hier aus? Habt ihr mal endlich... Ja. Glas kommt wieder. Wunderbar. Ich könnte das mal kurz verdoppeln. Die Produktion. Nur, dass wir das eben mal rein kriegen. Muss ich aber gleich wieder ausschalten. So haben wir dafür keine Arbeiter. Ja, dann lohnt sich das ja auch nicht. Ja, das war das Richtige. Ja, wir brauchen Arbeiter. Ich weiß. Ich weiß. So, die Brücke darf gebaut werden. Manchmal auch schnell liefern. Wir sind immer eben plus. Dann brauchen wir hier noch ein... Ich könnte den natürlich hier hin bauen, weil die Schlacke von da aus kommt. Irgendwo. Oh, ich bin gerade hin und her gewissen, wie ich das mache. Also, ich weiß nur, ich brauche ihn. So. Das heißt, ich baue ihn jetzt einfach mal hier hin. So. Einfach so. Der kriegt dann... Beton läuft über ein richtiges Band. Genau. Da den Anschluss. Wasser. Wasser haben wir auch hier irgendwo. Weil die doch alle Wasser brauchen. Genau. Da ist Wasser. Dann gehen wir mal hier rüber. Ja, machen wir es so. Okay, jetzt hat er Wasser. Sand bekommt er von hier vorne. Das heißt, wir bauen jetzt mal ein nächstes Förderband. Ist ja eh noch alles nicht gebaut, also von daher entspannt. Nehmen wir hier den untersten Weg durch. Und dann hier nahe daran, damit die auch entweder eine Brücke oder aber eine Unterführung. Ich finde, eine Brücke sieht hier besser aus. Ey. So. Dann ist die auch dran. Sand ist da. Jetzt brauchen wir noch zerkleinerte Schlacke. Die wird doch gemacht in einem Mischer. So. Wir wollen ja das benutzen. Zerkleinerte Schlacke. Das heißt, da geht Schlacke nur rein. Der macht das ein bisschen. Den Brecher. Brech, brech, brech. Also der hier. Wo kommt die Schlacke her? Von den beiden. Da hinten muss keiner rein. Das heißt, ich könnte den einfach hier hin packen. Ja. Wir probieren das mal. Ähm. Das ist auch hier klein gemachtes Kack Zeugs. Ey. Achso. Das geht nur deswegen. Okay. Und da komme ich so nicht dran. Das ist Kacke. Okay. Ey. Ja. So ist das. Okay. Ja. Damit kann ich leben. Und jetzt muss hier noch Zement rein. Und Zement war dieses große. Das da. Bauen wir das auch mal hier rüber. So. Wir haben aktuell eine Gesundheit von 28. Ich achte da immer im Moment ein bisschen drauf. Den kann ich also hier hinsetzen. Direkt daneben. Ja. Das geht wohl. Zement ist aber dann ein richtiges Förderband. Wenn ich mich nicht irre. Das geht hier rein. Jetzt brauche ich einen kleinen Schornstein. Da habe ich sogar noch einen. So. Ey. Und du brauchst Kohle und Kalkstein. Damit stehst du hier auf der Seite. Dem was du brauchst gegenüber. Hier ist Kalkstein. Da ist Kohle. Die werde ich nicht beide über die Mitte bringen können. Das könnte ich höchstens hier dran vorbei bringen. Und ich werde die nicht per LKW anfahren lassen. Auf gar keinen Fall. Dann würde ich das Gebäude eher umbauen. Dass ich nur ein Band hier hoch bringen muss. Pass auf. Dann mache ich das. Wo ist denn der. Das ist der Dings. Dann würde ich das eher hier hin bauen. Und gucken, dass ich hier noch in der Mitte durchkomme irgendwie. So. Machen wir mal so. 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 Jetzt ist das Band halt rückwärts. Ich komme aber an alles noch dran. Müssen wir da irgendwie dran. Können wir sonst von der anderen Seite. Okay. Und dann muss der. Turm. Auch hier hin. Den entfernen wir mal. Okay. Jetzt kopieren wir das Ding. Und dann gucken wir mal. Ob wir es schaffen. Ich dachte vielleicht. Wir sind ja nicht auf der maximalen Höhe. Genau so. So dachte ich mir das. Dass wir da nochmal so ein bisschen drüber kommen. Und zwar so. Jetzt haben wir zwar wieder viel rumgewuselt gebaut. Aber. Es würde funktionieren. Die gesamte Anlage läuft jetzt wieder automatisch. Und zwar noch besser als vorher unten. Dann würde ich doch mal sagen. Fangen wir langsam aber sicher an das Ding zu bauen. Woran scheitert es noch? Wir haben die Obdachlosen. Immer noch. Das Gebäude hat. Kein Stahl. Warte mal. Was mit dem Stahl ist aber eigentlich ein Problem, was gelöst sein sollte. Die Wartungen sind alle voll. Also ja. Wir müssen den Stahl haben. Dann machen wir es mal so. Dann haben wir das Problem im Griff. Nun gut. Da haben wir doch wieder eine Menge geschafft, würde ich sagen. In der nächsten Folge bauen wir dann hier oben, denke ich, auch das Ding mal auf. Zumindest fangen wir damit an, dass das erledigt wird. Dann werden wir unten die wegnehmen dafür. Die hier soll verschwinden. Braucht ja dann eh kein Mensch mehr. Bevor ich es vergesse, werde ich denen noch einen neuen Arbeitsbereich geben. Nicht mehr da unten, sondern hier oben schon mal. Wird für den Anfang vielleicht ein bisschen problematisch werden. Aber sobald dann hier die ersten Dinger fertig gebaut sind, ist das Problem auch, denke ich, sehr zeitnah erledigt. Wir bauen das aber hier noch klar. Und ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht zu viel Müll drin ist. Nee. Dann hätten wir das nämlich erledigt. Und wir könnten hier auf jeden Fall noch mal viel, viel effektiver alles herstellen. Wird ja auch alles da oben gebraucht. Und dann können wir hier die Sache abreißen oder teilweise zurückbauen. Nicht ganz, denn ich möchte hier unten dieses Produkt auf jeden Fall weiterhin herstellen. Das ist der Plan. Vorrat auf zwölf Monate. Was das angeht, stehen wir auch gut da. Kohle geht gerade noch mal runter. Das heißt vielleicht ein Rettungsblick. Wird hier viel Müll eingeladen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich werde mir notieren. Wir haben 250 rote Teile. Damit will ich dann noch mal eine Stadt einnehmen. Das machen wir beim nächsten Mal. Äh. Und ich bin dann erstmal raus für heute. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und seid euch sicher. Wir werden weitermachen. So, dass wir bald. Gucken wir mal. Wir haben noch ein paar Server. Einmal hier stoppen. Wir müssen noch die Dinger kaufen. Das mache ich dann heute noch. Bevor ich das vergesse, weil das ist wichtig. Handel. Handel. Und Krankheit. Sollten wir auch mal kurz beheben. Einmal noch. Das aktivieren. Ich kann nur hoffen, dass ich dran denke. Beim nächsten Mal. Ansonsten habe ich ein Problem. Aber ich denke, ich werde bemerken. Ich bleibe auch mit der Kamera direkt hier. Wenn ich mich das nächste Mal einlogge, dann sehe ich, das Haus ist aktiv. Es sei denn, ich bin in der Begrüßung und vercheck es wieder. Ich kenne mich ja. Ihr kennt mich inzwischen auch. Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Eidio Seko.